Ui, also Sneaky ist anders. Ach, Junge, gib mir nie um Keks, bitte. Ich will doch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Wie komm ich nur hier hoch? Das, nur das. Darf ich hier hinter? Gibt's da irgendwas? Nö, nö, nö. Die Leiter ist, also die Brücke ist kaputt. Äh, gut. Alter Junge. Ach, ich hab Douglas-Fack-Mail gekreut, ja, cool. Gibt's weiter? Äh, wo ist er denn? Ach, da hinten. Ist sonst aber auch nix, ne? Nö. Danke dir, dass du mich da wieder retten hast. Ich bin gut für viele Dinge. Es ist so gut. Da, wir müssen durch das Haus gehen. So ein... Warte, war da gerade was? Ups. Ja, du stehst den Weg, Junge. Ja. Es ist zu viele Nummer. Was ist denn der? Da, da, oben war auch einer drauf, oder? Ach nee, ich glaube, das war die da hinten, die mich gesehen hat. Oh, hell no, hell no. Den habe ich verkackt wahrscheinlich. Oh, da ist ja auch noch einer. Schönes Feuer mal auslösen. Die Schussdingens ist gestorben, die andere nicht. Okay. Goddamn interesting. Aber hätte ich das von hier aus irgendwo sehen können, da oben? Ich glaube nicht. Wo sind sie? Da ist der eine, der andere steht da oben. Dann ist noch einer da. Sonst habe ich hier keinen mehr, ne? Der, der da hinten ist, der da... Der Alarm hier vorne ist halt schwierig. Aber es ist tatsächlich nicht dann hier vorne, der Alarm. Okay. Ich muss jetzt einen take outen. Das Problem ist, dass ich da nicht durchkomme, weil da komplett der Dingens ist. Ich hätte hier vorne wahrscheinlich die da oben, hätte ich töten müssen, oder übernehmen müssen, und hätte dann da hinten den Dingens machen können, den, den, den... Gehirn, danke. Komm mal wieder hierher zurück, bitte. Du standst doch hier vorne so schön rum. Ähm... Das ist jetzt kackig. Ist zu weit weg, ne? Wo rennt er denn jetzt hin? Ich hab das Ding da vorne explodieren lassen, nicht irgendwo in Timbuktu, my friend. Ihr seid anstrengend. Also die KI ist halt leider... Von den Dingens ist halt leider komplett durch. Oh, 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 ja, ja. Komm mal her. Hierher. Keiner gehört, ne? Nein. Die bewegen sich in einem richtig beschissenen Muster. Jetzt rennt er wieder zu der da oben hoch. Oh, ich könnte kotzen. Oh, 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 jetzt, maybe? Das hat jemand gehört, sehr gut. Das ist gut. Und ich hab jetzt halt ein Buddy hier direkt neben mir liegen, das ist super. Dicht genug ran, um den zu übernehmen Da vorne Ja, komm ich, gut Fuck Oh wow, das hat funktioniert Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert Aber der ist hinten in den Dingens reingechargt In den Maybe, ja, maybe nein, who knows Könnten die bitte mal vernünftige Laufwege haben Schattentrauma Honk Was sollte das? Warum? Da oben, ja, das werde ich wahrscheinlich nur von da hinten irgendwo Oder von da oben sehen Ja, ich weiß, dass es da lang geht Wow, was ist denn? Warum wusste ich auch, dass es hier irgendwas zu holen gibt Okay Julio, den hatte ich nicht gesehen Der andere ist da oben drauf Ähm Jetzt hinten noch was Achso, hier hätte man lang gekonnt Und ja, hier gibt es noch was Einen Brief oder ein Dokument Eine Mitteilung Okay, da will ich aber noch nicht hin Ich will, dass du mir hier hochhilfst Help me up here, Scotty 31, sehr schick There, the temple I saw Vincent headed there We make a good team We always have That's what made it so hard I didn't want to make it hard, Azad I know you didn't I just hoped what we were building here would be enough It was For a time It was You were our leader You were the one who's always held this community together You always had such a love for it You were the leader, Azad I never asked to be Tja Hat sie nicht ganz unrecht Aber hat leider auch die schlechten Leader nicht, ne? Und nach oben kommen wir nicht Wir müssen also nach unten Ah ja Danke Hallo Haruna, danke Okay Um wie viel wir mal wetten, dass da aber irgendwas ist Zum Looten Soviel zu Wir haben keine Notwendigkeit, sie anzugreifen, ne? Er Wohne Wohne Sie haben meine Journal Ich kann die zurück Azad Sie ist gefährlich Ich habe immer bestiert Sie auf thiever Mein amulet Ich glaube, ich kann das machen Wenn die Mann nicht finden, in den Hutsch Vielleicht werden sie mehr Glück Sifte durch die Aschze After Sie haben sie auf den Boden Ja, Frau Okay, wir kommen da also nicht mehr hin. Da oben ist noch ein... ...onderes Ding. Okay, wir haben den Typen da und da haben wir das Ding. Machen wir mal so. Okay, der brennt nicht mehr, das ist schon mal gut. M. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Was ist das? Was ist das? So, einen Salvenangriff drauf. Was ist das? 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 Oh, er ist dead. Okay. Okay, machen wir mal kurz so, damit ich da hinten hin kann, ohne mir da gleich irgendwas einzufangen. Oh wait, warte mal, ich muss hier auch noch hin. Das war für die Dingens, naja. Da kommen wir nicht durch. Hier, nicht. Da kommen wir nicht durch, sehr gut. Was ist das? Ist hier noch was? Nö. Okay. Okay. Da oben müssen wir hin, ne? Damit wir... Äh, den Dingens kriegen. Den... Level Up Punkt. Kraftfeld. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Ist das ein Affe? Äh, cool. Stein. Tractor 33. So, da ist er. Was sagt? Unsere Punkte haben wir. Wir haben zwei. Drei. Mhm. Das ist gut. Mhm. Okay, das ist vielleicht auch noch eine Alternative. Drei. Oh! 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 Oh, ein Third Ring. Oh! 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 zurück. Das ist doch schon mal schön. So. Bienen, Aussteiger, Sammelobjekte, Aussteigertechnologien, und okay. Mhm, mhm, mhm. Ach so, wir bröseln hier einfach nur durch und ich kann dann hier einfach irgendwie lesen, oder was? Okay. Gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao!